hallo und servus liebe leute ich habe gesagt ich melde mich immer vorher wenn wir streamen damit dann auch ein zwei leute sich versammeln und tatsächlich mitmachen bei der ganzen aktion jawohl und heute ist es wieder soweit heute abend 20 uhr geht's los stream was ich da mache ist noch nicht bekannt ich muss mal schauen wahrscheinlich gibt es ein bisschen arena und vielleicht danach auch ja abonnenten bg ist also dass wir zusammen mal ein bisschen pvp waren oder so muss ich mal noch überlegen was genau ich da mache allerdings bin ich schon froh dass wir mal wieder twitch streamen und das ganze so spontan vor weihnachten jetzt haben wir das mit den abonnenten hinter uns habe ich die 1000 tatsächlich geklackt und jetzt können wir uns auch ganz gechillt aufs neue jahr vorbereiten und auch mal zusammen streamen und scheiße bauen so muss das sein ich würde mich freuen ihr werdet dabei wäre cool wenn jemand von euch mitmacht und ja ansonsten sage ich mal bis bald liebe leute bis heute abend vielleicht und ansonsten bis zum nächsten video haut rein liebe leute ciao